Leute, wo seid ihr? Leute, ich habe hier jemanden! Was schreist du denn so, Mann? Ihr werdet es nicht glauben! Schaut mal, was ich gefunden habe. Die einzige Kopie auf der chinesischen Webseite eines Roboter A4000. Schaut mal! Was? Hast du das gesehen? Wie viel das kostet? Was ist das für ein Gerät? Das ist doch egal, Leute. Roboter. Genau, lasst uns bestellen. Moment, Moment mal. Fünf sind Riesen, wir müssen nachdenken. Was gibt es da zu überlegen? Wir würden lieber 100 Staubsauger-Roboter kaufen, als diesen Roboter A4000. Ich meine, naja, komm hier, Kopf, warte. Hier steht eine genaue Kopie des Originals. Er ist 1,78 groß und wiegt ein bisschen mehr. Aber er ist aus Metall. Hier steht künstliche Intelligenz. Kannst du glauben, dass er sogar sprechen kann? Okay, künstliche Intelligenz. Also wird dann Lages ein Video mit uns zu machen? Ja. Was für eine künstliche Intelligenz gibt es? Es wird einfach eine große Spielfigur zu uns kommen. Habt ihr noch nie Waren aus China bestellt? Wir sollten nichts Nützliches von diesem Zeug erwarten, Alter. Nix. Überhaupt nix, Alter. Moment, aber hier steht doch, dass es zum Beispiel einen Massage-Modus gibt. Ich würde dir keine Massage geben. Ich auch nicht. Und eine Massage ist natürlich interessant. Was kann es noch so? Es gibt eine große Liste, aber da steht etwas auf Chinesisch. Schlecht übersetzt. Wie viel Arbeitsspeicher hat er denn? 256 Gigabyte? Leute, ich hab ne Idee. Ich kenne einen Programmierer. Und wenn es ihn gibt, wird er ihn so optimieren, ein neues Betriebssystem darauf installieren und wir können Videos damit machen. Er sieht genauso aus wie ein Vlad. Andererseits könnte der Roboter sogar noch besser sein. Und wir können ihn auch vermieten, Alter. Genug über das Geld. Leute, er ist unser Freund. A4. Das war's. Wenn alle einverstanden sind, werde ich das bestellen. Okay, Alter. Abgemacht. Obwohl. Ich bin mir nicht sicher. Was? Was verwirrt dich denn, Mann? Er wird wie ein echter Roboter auf dem Kanal sein. Er ist zwar der modernen Mann. Nun, es ist ein Roboter. Er kann nicht wie Vlad lachen und fünf Videos pro Woche mit uns machen. Er kann nicht ehrlich und offenherzig sein, weil es nicht unser Vlad ist. Ich hab ihn gekauft. Also gut, wie lange warten wir? Eine Woche. Ab jetzt. So schnell? Okay, wir müssen uns vorbereiten. Er wird bald hier sein. Auf was denn vorbereiten? Also, was gibt es noch? Also, ich hab die klassische Version bestellt, aber es gibt noch eine andere. Es gibt Vlad als Soldat, Vlad als Weltraumfahrer, Vlad den Kämpfer und Vlad den Polizisten. Wow, das haben sich die Chinesen echt einfallen lassen? Ja, wenn die Standardvision gut ist, bestellen wir später noch ein. Meint ihr, er wird wie Vlad aussehen? Sie bringen uns, jeder. Man kann mit alles rechnen. Vielleicht ist der Körper von Vlad und der Körper von Kaby Koff. Das kann auch sein, oder andersrum. Das wird echt lustig. Wir werden sehen, Mann. Oh, Elifaran ist hier. Oh, schwer. Ja, ich bin der Einzige, der es trägt. Also, Leute, der Moment erweitert. Öffnen wir ihn. Er ist zugenagelt. Wir müssen etwas finden, mit dem wir ihn öffnen können. Womit? Mit einem Brecheisen? So machen sie es in Filmen. Oh, ich hab was gefunden. Komm schon, beeil dich. Aufmachen. Aufmachen. Es ist schön verparkt. Es gibt sogar eine Anleitung. Da. Willst du mich vor Apple? Sege, was für eine Anleitung? Verstehst du nicht? Das ist Technik. Los, lass ihn rausholen. Endlich, los. Oh, seine Füße. Leute, Fernbedienung. Wieso wohl die Fernbedienung? Nein, wahrscheinlich für die Fernsteuerung. Wo ist das Wichtigste, das Wichtigste? Wer ist der? Sege? Hallo? Sege? Hey, was soll das denn? Hey, wach auf, Mann. Hallo. Komm schon. Warum fällst du denn Oma? Weißt du schon, wie man sich einschalten kann? Was ist los, Alter? Was laberst du, Alter? So fast unmächtig. Boah, hast du das gesehen? Die sehen aus wie zwei Erbsen in einer Schotte. Cool, jetzt können wir coole Videos machen. Lass uns den schnell rausholen. Holt wer aus der Box, Mann. Wirklich in voller Größe. Also, diese Chinesen. Krasse, Mann. Und der ist genauso groß. Leute, hier ist er sehr dünner, Alter. Wirklich. Aber ist okay. Mensch, könnt ihr euch das vorstellen? Wir vier in einer Szene wie in den guten alten Zeiten. Das ist fantastisch. So krass. Leute, wenn ihr auch super aufkriegt seid, bitte jetzt live machen. Stellt euch vor, wir könnten eine Produktion solcher Roboter starten. Dann könnte jeder von euch einen zu Hause haben. Gute Idee. Lass uns die auseinanderbauen und dann wieder zusammenschrauben. Das wird gut werden. Leute, kommt schon. Gebt uns ein paar Likes. Wenn wir viele Likes bekommen, werden wir ihn auf jeden Fall in Produktion geben. Okay, Leute. Lasst ihn uns einschalten. Vielleicht funktioniert der Roboter sonst gar nicht. Und das ist nur eine Statue. Ja, komm schon. Nein, nein. Das kann nicht sein. Oh, Mann. Hey, wach aus. Es gibt keinen einzigen Knopf, der funktioniert halt. Wie wär's, damit? Nein, reagiert nicht, reagiert nicht. Was sollen wir denn machen, Mann, 15 Riesen? Warte, ich weiß, ich habe eine Idee. Ich glaube wirklich, wir haben uns in die Irre geführt. Das ist ja nicht aufgeladen oder so. Vielleicht müssen wir ihn aufladen. Das ist echt, das ist wirklich echt. Schauen wir mal vielleicht, was da drin ist. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das nenne ich mal eine Ladestation. Alter Scheiße. Schaut mal, wie schwer es ist. Es wird bestimmt funktionieren. Leute, ich glaube, ich habe den Knopf gefunden. Kommt her, kommt her, kommt her. Los. Ich habe ihn gefunden, gefunden, gefunden. Was? Geil. Oh mein Gott, was? Welche Sprache spricht der Typ, Alter? Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung. Wir brauchen Deutsch. Färme bitte, färme bitte. Los, los. Hier, hier. Es funktioniert jetzt, Alter. Bin ich nicht klopfen. Was ist das hier? Was ist hier los? Er kann sprechen. Was gibt es sonst noch? Komm schon. Hast du das gesehen? Er hat geblinkt. Er hat geblinkt, Mann. Wirklich? Er blinkt. Alter, Schalter. Es ist geil, Mann, Alter. Du hast uns gesehen. Lücken die Knöpfe. Nun, hello, guys. Oh mein Gott, kein Englisch. Ich habe eine Idee, Leute. Wir schicken ihn in andere Länder, zu anderen Sendern. Dann wird er auf alle Sprachen weiterarbeiten. Ja, die Idee ist nicht schlecht, Mann. Mucha's grassa faciiles. Si. Oh, ja. Mech tritt doch ein Pferd, Mann. Er schaut aus, als ob er auch in TikTok gut ist. Oh mein Gott, ist das krass. Das ist es. Das ist unser Blatt. 100% ich. Scheiße, wir müssen nur noch auf Deutsch einstellen. Hallo, Jungs. Oh, ha, ha. Oh, ha, ha. Sollen wir uns die Anleitung anschauen? Nö, ich muss irgendwas anklicken. Ach, gib es mir. Du weißt es nicht. Du bist wie der Großmutter. Gib schon her, Mann. Was habt ihr denn getan? Wollt ihr auf die Sprachsteuerung umschreifen? Ja, ja. Ja, natürlich. Verstanden. Ich schalte um. Oh, ja, sehr viel echter, Mann. Voll krass. Hey, Vlad, Alter, was ist los? Hallo, Kübikhof. Mein bester Freund. Oh, oh, oh. Sieht da, es wird dann auch die alte Software drauf von 2015. Wir werden uns drum kümmern müssen. Das ist unglaublich, mal als Schnotte. Also, was kann er denn noch so? Vlad, mach eine 360-Grad-Drehung. Alter, schalte da. Mensch, das ist echt krass. Was kannst du noch? Kannst du einen Gruß machen? Oh, na, hallo zusammen. Mein Name ist Vlad, er für... Oh, 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 oh. Oh, 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 mein Gott, ist das krass. Komm mit uns, Wind, komm mit uns, Wind. Mann, ich weiß gar nicht, welches Seinsied nicht stellen soll. Hallo zusammen, hier ist Vlad, er für Glendt. Gut, alles klar. Die Augen auf die Kamera und sag's, los geht's, mach es. Hallo zusammen, mein Name ist Vlad, er für Glendt. Und Kalikow, Sergei. Wahnsinn, wie cool ist das denn? Ich muss hier gründlich durchschauen. Was kannst du sonst noch tun? Oh, vielleicht. Hast du eine Kamera oder so? Ja. Oder mach mal ein Foto von uns. Voll krass, Alter. Oh, schau dir das an, Alter. Das war's, Alter. Musst du meine Storys posten. Das ist geil, Alter. Komm, Jakob, warum machst du dir die Mühe? Du wolltest doch den Roboter nicht kaufen. Ich kann nicht wissen, dass er so viele Dinge tun kann, Mann. Guck mal, ey. Du wirst ihn die ganze Zeit benutzen, wie ein Staubsauger. Okay, halt, 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 halt. Das passt überhaupt nicht auf, Mann. Wir werden nicht in der Lage sein, die Clips mit ihm zu machen. Er arbeitet auf Befehle und fühlt sich wie ein Roboter. Sollen wir dir jedes Mal sagen, Vlad, mach das. Vlad, sag Hallo, mach das. Lass dich überraschen. Sag sie dann abonnieren. Abonnieren, bitte. Siehst du? Und ja, er ist irgendwie unnatürlich. Also, wir müssen uns irgendwas Neues einfallen lassen. Ich lade neue Formen herunter. Vlad, hör zu. Als dein bester Freund habe ich dein Geschenk für dich. Komm mit mir. Was hast du gesagt? Wer bist du? Er hat mich seinen besten Freund genannt. Ich sollte besser die Anleitung lesen. Man kann man die Anleitung überhaupt nicht verstehen, Mann. Was suchst du denn da? Ich will wissen, wie man Geld drucken kann, verstehst du? Rate mal, in welcher Hand das Geschenk ist. Das Geschenk ist hier. Oho, das hast du schnell erkannt. Hier, hast du es. Schau, das sind Armbänder zu Ehren unserer Freundschaft. Du hast eines mit der Aufschrift Freunde und ich habe ein zweites Armband mit der Aufschrift Beste. Du und ich sind jetzt beste Freunde. Verstanden? Lass mal sehen, ey. Ey. Streich, ey. Ein Verbrechen entdeckt. Soll ich dir Polizei rufen? Ey, keine Polizei. Nimm dein scheiß Armband, Alter. Oho, das war eine echte Polizeiserine. Cool. Wir werden die Sirene A machen, wenn es zu spät zum Dreh kommt. Oh, Leute, ich habe eine coole Idee. Wartet mal kurz ab. Was ist das? Du willst ihm zeigen, wie man Dotter spielt? Ich muss etwas überprüfen. Also, hier ist das Captcha. Klick auf die Bilder, auf denen du ein Fahrrad siehst. Normalerweise können solche Sachen Roboter nicht. Ein Fehler. Und ich dachte, Roboter können immer sowas umgehen und das funktioniert nicht. Aber siehst du. Man kann auch anders überprüfen, dass es kein Roboter ist. Wie? Versuche es zu drücken. Habt ihr gesehen? Er hat doch drauf gedrückt. Es hat nichts funktioniert. YouTube ist von Roboter und Bots geschützt. Ja, übrigens. Ihr schreibt uns so oft, dass wir 36 Millionen Abonnenten haben, weil es Bots und irgendwas Scum sind. Aber wir haben uns Experimentfreunde getestet. Es funktioniert nicht. Roboter können den Kanal nicht abonnieren. Wenn sich ein Bot abmeldet, wird er sofort abgemeldet. Also, ihr versteht schon, oder? Diejenigen, die den Kanal abonniert haben, sind definitiv keine Roboter. Sie sind Menschen. Aber diejenigen, die nicht angemeldet sind. Nun, da könntest du fragen. Vielleicht seid ihr Roboter und ihr wisst es nicht einmal. Ihr denkt, nein, ich bin definitiv kein Roboter. Ich bin von meiner Mutter und meinem Vater geboren. Lasst uns herausfinden. Vlad, woher kommst du? Von Mama und Papa aus China. Seht ihr? Er denkt auch, er sei ein Mensch. Die einzige Möglichkeit zu überprüfen, ob ihr die Menschen seid oder nicht, ist den Kanal A4 zu abonnieren. Wenn es klappt, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid Menschen. Also, wenn das nicht funktioniert, habe ich schlechte Nachrichten von euch. Dann seid ihr eine sehnlose Maschine. Das tut mir leid. Die einzige Möglichkeit, dass es nicht funktioniert, ist, dass ihr kein Konto registriert habt. Aber ihr solltet euch lieber registriert und es dann überprüfen. Glenn, bist du ein Roboter? Also, ich habe eigentlich abonniert. Gleich? Ich habe mich angemeldet. Ich bin lebendig, Leute. Ich habe niemals daran gezweifelt, Jungs. Also, du bist ein Roboter. Und was kannst du noch so? Ich habe eine Idee. In der Anleitung steht, dass er sehr stark ist. Komm schon, KB Kopf. Mit der ganzen Körpermasse. Komm schon, los, mach schon, los, los. Hilfe. Ist das dein Ernst? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Na also, was kannst du noch groß sagen? Oh, es ist mit der Schale, Alter. Er ist nur Orangen, Mann. Vielleicht wird er orange. Wie viel Orangen hat er bis jetzt gegessen? Das sieht wirklich sehr komisch aus. Oh, er hat uns Saft gemacht. Ja, Amanda hat auch sowas gemacht. Nun, es gibt auch eine Systemstörung. Na, probier doch mal. Ich bin mir nicht sicher, ob Saft ist. Frisch gepresst. Vlad, danke. Du bist der Beste. Bitteschön. Sonst noch etwas? Vlad, wie ist das Wetter in England im Moment? Temperatur 12 Grad, 1% Niederschlagswahrscheinlichkeit, 50% Luftfeuchtigkeit. Großartig. Vlad, wie viel Geld gibt es auf der Welt, Alter? Etwa 57 Billionen Dollar. Okay, das war's. Ich gehe jetzt mit Vlad spielen. Ey, endlich wollte ich das machen. Das wollte ich auch, Alter. Lass uns entscheiden, wer ihn zuerst spielen darf. Lassen wir doch Vlad entscheiden. Ey, Vlad, wieder mit, wenn du jetzt spielen wirst, okay? Ich habe die Challenge angenommen. Kepikov wird beleidigt sein, wenn er nicht das Erste geht. Glend wird beleidigt sein, aber er wird es sich nicht zeigen. Sergej wird weinen. Sergej wird als Erster spielen. Haha, er hat mich ausgewählt, weil ich der Coolste bin. Mist, ich wollte der Erste sein, ach, das ist so dumm. Das wäre völlig egal, ich spiele später mit ihm. Komm schon, los geht's. Bevor wir spielen, lassen wir uns noch etwas Nützliches tun. Ich habe gerade ein T-Shirt gewatschen, hilft mir, es zu trocknen. Mach ich. Oh, das ging aber schnell. Erledigt. Oh, wirklich trocken, als auch gebügelt. Wow, danke Vlad. Ich bin froh, einen Freund, wie dich zu haben. Lass uns spielen, hier geht's lang. New York, du bitte mit K. Katar, Kiew, Kreta, Köln, Kopenhagen, Kapstadt, Konstanz, Kairo und Kiel. Du bist dran. Haha, du hast schon alle Städte mit einem K genannt. Ich gebe auf, Zuschauer, vielleicht wisst ihr es. Schreibt in die Kommentare die Stadt mit einem K, die er noch nicht genannt hat. Okay, ich verstehe. Also es macht keinen Spaß mit dir zu spielen, aber ich habe hier etwas in der Einlandung gefunden. Du hast eine Sonnenbankfunktion. Also sehen wir uns mal an. In Ordnung? So, fertig. Solariumfunktion aktivieren. Für die erste Sitzung soll in drei Minuten ausreichend sein. Oh ja, ich werde braun sein. Erledigt. Oh, cool. Kann man die Bräune schon sehen? Ja, die Haut ist dunkel geworden. Sie ist gleichmäßig gebräunt. Wow, das ist großartig. Wir brauchen nicht ins Meer zu fahren. Danke, Vlad. Lass uns etwas Essen holen. Vlad, berate mir ein paar Sandwiches. Mach ich. Erledigt. Wow, sieht mal. Oh, das riecht gut. Es ist heiß. Puste. Leute, ich habe gesehen, dass der A4 Roboter perfekte Zeichungen machen kann. Der Befehl? Roboter A4000. Zeichne mich. Wird gemacht. Wahnsinn, seht euch das an. Eine perfekte Zeichnung. Mensch, ich bin einfach so kiert. So, jetzt, Vlad. Fünn mir die Haare. Mach ich. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber du bist sogar besser als Vlad A4. Oh, da seid ihr hier. Endlich habe ich euch gefunden. Jetzt bin ich dran, mit Vlad zu spielen. Was mir dein Gesicht passiert, Alter? Ich habe es überprüft. Es ist eine Bräune. Komm schon. In Ordnung. Aber ich habe eine Bräune. Richtig. Also, mach es dir bequem, ja? Ich fühle mich wohl. Also, Vlad. Ich meine es jetzt ernst. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Wir müssen Videos machen. Nach Ideen suchen. Irgendwas zu erstellen, Mann. Neue Ideen? Glenn, gib genaue Parameter vor. Boah, also, genau. Du kannst dir YouTube-Trends analysieren und neue Themen für YouTube vorschlagen. Also, die Parameter sind, finde, die coolsten Challenges, die wir für den A4-Kanal machen können. Führe eine elektronische Datenanalyse durch. Analyse abgeschlossen. Cool, also, was ist da, Mann? Hier ist eine Liste der Interessant-Systemen für A4-Kanal. 100 Artikel unter Hydraulikpress. Ausbacken von Gadgets. Nein, 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 nein. Warte, das passt uns ja gar nicht. Top 10 Smart-Uhr und ein Roboter-Tech-Review. Nein, Mann, das ist ganz falsch. Du hast es überhaupt nicht verstanden. Ich habe dich überschätzt. Du hast keine Ahnung von Challenges und Tricks. Doch, schon. Glenn, in einem Bar gehen. Oh, wie blöd, Alter. Könntest du nicht was Cooles machen? Können wir wenigstens irgendwas spielen oder so? Ja, lass mal. Was kannst du denn spielen? Schacht, Darmenspiel, Baggamon, Schere, Stein, Papier. Oh, das kann ich. Lass an Schere, Stein, Papier spielen. 1 zu 0. Noch einmal, komm schon. 2 zu 0. Noch einmal, noch einmal, noch einmal mit 3. 3 zu 0. Mist, wie kann das denn sein, Mann? Ich habe deine psychologischen Daten analysiert und ein Muster erkannt. Mann, das ist überhaupt nicht interessant. Was kannst du denn noch so? Ja, das ist schon seltsam. Noch etwas vielleicht? Das ist doch nicht mal ein Scherz. Was kannst du denn noch? Erinnerst dich die Farbe deiner Kleidung? Ganz einfach. Wie? Oh, lass das Gelbe. Cool. Und was kannst du noch so? Echt jetzt? Wow, hast du ihn umgezogen oder was? Nein, er kann die Farbe selbst ändern, Mann. Also, geil, Alter. Jetzt bin ich dran, mit ihm zu spielen. Also, Vlad, komm her, Alter. Ich habe eine Freundin für dich gefunden. Komm schon, lass gehen. Komm, komm, eine Freundin. Dein Ernst? Vlad, Alter, das ist hier Alexa. Hallo, Alexa. Hallo, wie geht's dir? Gut, vielen Dank. Wow, was für eine Spielerei. Zwei künstliche Intelligenzen. Ich frag mich, wer dümmer ist. Von uns drei, du natürlich. Ha, 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 ha. Hey, übertreib es nicht. Sonst schlage ich euch beide Kau. In Ordnung? Viel Spaß. Ich besorge euch etwas, Alter. Alexa, was treibst du? Ich stehe auf dem Tisch. Mann, darf die Füße an ihren Tisch stellen. Ha, ha. Ha, ha. Du bist so lustig. Denkst du, es wird einen Roboteraufstand geben? Lass uns nicht darüber reden. Sie könnten uns hören. Ja, 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 ich werde sein Autogramm besorgen und es online verkaufen. Entschuldigung, das ist euer Gespräch oder breche, Vlad. Hör zu. Ja, klar. Ja, sehr gut, Alter. Ich hab einen Stift hier, Alter. Gib mir ein scheiß Autogramm jetzt. Toll, Gott, danke, Alter. Hallo für Willen. Für Schamir. Okay, kein Problem. Hör mal, kann ich noch ein Autogramm bekommen? Warum? Nur, um eins zu haben. Okay. Hey, Vlad, was ist los, Mann? Vlad, hey. Alter, ich glaub, die Batterie ist leer, Alter. Richtig unpassend, Mann. Mein Autogramm ist eine Menge Geld wert. Und ich werde jetzt das Ladegerät holen und dich anschließen, Alter. Oh, Mann, er hat immer noch Funktionen. Man könnte den ganzen Tag damit verbringen und wir haben noch einen Clip zu drehen. Vielleicht ist er schon aufgeladen. Ich check es jetzt. Hey, Leute. Oh, er funktioniert. Juhu, Vlad, komm her. Wir machen gleich ein cooles Video. Setz dich mal hin. Also, jetzt pass mal gut auf. Du bist doch Vlad A4. Ah, 4000. Das ist egal, Mann. Das Wichtigste ist, dass du Vlad A4 bist und dass du eine sehr gute Sache bist. Also, wie auch immer. Vlad hat einen Deal gemacht und er ist verschwunden. Und jetzt haben wir dich und du bist schon, du weißt schon, du bist so, lies mal das hier vor. Bereit? Du schnallst das ja direkt, Vlad. Also, das ist gut. Wach auf. Hey, was machst du da? Ich glaub, der Akku ist wieder leer. Leute, es scheint, wir haben hier etwas übersehen. Bei normalem Gebrauch verbraucht ihr wenig Strom. Aber wenn man anfängt, Videos damit zu drehen, entleert sich der Akku sehr schnell. Wir haben ihn also auf Null entladen und jetzt muss der ganze sieben Tage lang geladen werden. Was? Das dauert ja so lange, Mann. Was sollen wir denn machen in der Zeit? Wir können also nur ein Video pro Woche mit ihm drehen oder was weiter? Was? Nein, 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 nein. Ich werde solche Batterien einbauen. Die funktionieren wie eine Powerbank, Mann. Okay, Leute. Was soll das geredet? Das war's. Lass ihn uns aufladen. Also gut, machen wir einen Deal. Wir fassen ihn nicht an, bis er zu 100% aufgeladen ist. Okay? Gut, ich wollte gerade so einkaufen gehen. Soll ich irgendwas mitbringen? Na ja, ihr wisst schon. Ein paar Chips, Cola und so weiter, wie immer. Kein Problem. Ich bin weg und ihr passt auf ihn auf. Alles klar? Fasst ihn bloß nicht an. Ja, okay? Ja, wir fassen ihn nicht an, Alter. Ich schlaf einfach nur auf dem Sofa. Ich werde das Handbuch lesen. Alles klar. Leute, ich habe beschlossen, mich ein wenig auszuruhen und ich denke, dass Lad mir dabei helfen kann. Während die Jungs das nicht sehen, nehme ich ihn für 15 Minuten vom Ladegerät. Verwende ihn und schließe ihn dann wieder an. Das kriegt keiner mit, Alter. Auf gar keinen Fall, Alter. Hallo, Jungs. Lad, ich bitte dich, Alter. Kannst du was für mich machen? Ja, ich bin ein Multifunktionsroboter. Super, Alter. Kannst du mir eine Massage geben, Mann? Ja, ich kenne alle Arten von Massagen. Allgemeine Massagen, therapeutische Rückenmassagen, Time-Massagen. Oh, toll, Alter. Kannst du mir alle Arten von Massagen auf einmal geben? Ich schalte den allgemeinen Massage-Modus ein. Ja, das ist in Ordnung, aber ich brauche es richtig hart, Alter. Ich schalte den Hart-Modus ein. Du bist einfach geil, Alter. Feuer? Scheiß drauf. Verdammt. Verdammt nochmal. Hör einfach auf, darauf zu achten, was ich sage, Alter. Komm, mach einfach eine geile Massage, Alter. Eine andere Art von Massagen. Informationsbeschaffung. Das dauert zu lang, Alter. Lass endlich anfangen, Mann. Was war das denn, Alter? Warum bist du so heiß, Mann? Massage mit heißen Steinen. Mann, du hast mich fast verbrannt, Alter. Du kannst mir helfen, etwas zu kochen, Alter. Komm schon. Blatt, machen wir in den Salat. Verstanden. Oh, was sind geil, Alter. Der Salat ist fertig. Oh, danke. So, und jetzt hol mir eine Gabel und was zum Trinken, Alter. Mag ich. Gut gemacht. Alles so gleichmäßig aufgeschnitten. Vor allem so schnell. Hier, bitte sehr. Danke. Möchtest du einen Salat? Das darf ich nicht. Okay, alles klar. Trinken wir erstmal ein bisschen Wasser. Das darf ich nicht. Komm schon, Alter. Du machst eine große Sache draus. Hier, trink etwas Wasser. Komm, mein Kopf erlaubt es dir. Du hast den ganzen Tag gearbeitet. Alter, du bist müde, Alter. Verstanden. Systemausfall. 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 Ey, 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 was? Systemausfall. Ey, 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 was hab ich getan? Oh, scheiße, Alter. Ich muss mich irgendwie abtrocknen. Scheiße, es funktioniert nicht. Oh, ich weiß. Reis absorbiert Feuchtigkeit. Ich hab diese Art von Lifehack auf TikTok gesehen. Deshalb möchte ich die Methode ausprobieren, Alter. Gut, Alter, das sollte jetzt klappen. Ich warte ein paar Minuten, komme dann zurück. A few moments later. Ich hoffe, es funktioniert, Alter. Also, wo ist dein Kopf, Mann? Was? Systemausfall. 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 Aus, 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 hab ich gesagt. Geh dich hin. Die Schnauze, Alter, und bleib so liegen, Alter, bis die anderen kommen. Leute, ich kann sie nicht finden, Alter. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Das war's. Auf Wiedersehen. Danke, Chef. Alles Gute. Ey, ey, Mann, kannst du mir einen Chips geben? Das Auto scheitert aus irgendeinem Grund nicht. Äh, klar, klar, kein Problem. Ja, danke. Ey, wie sieht's aus? Nee, Mann. Na, dann keine Chance, Meister. Oh, Mann, ey, verdammtes Auto. Immer ist die Batterie leer. Weißt du, wo ich ihn wieder aufladen kann? Also, der nächste Ort ist 10 Kilometer entfernt. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, wir haben nur eine Chance. Hast du Klemmen für die Batterie? Ja. Ja, dann warte mal kurz, okay? Ich bin gleich da. Okay, danke. Hallo, Jungs. Oh, Vlad, hör mal, ich brauch deine Hilfe. Draußen ist ein Taxifahrer, der friert. Das ist immer so, was bei den Autos passiert. Kannst du helfen vielleicht? Sicher, Sergei. Ich weiß eigentlich, Glenn, ich sieh doch eigentlich mal aus wie er. Weißt du, was du sagst? Worin gehst du? Was soll das? Was ist los mit dir? Ey, Vlad. Psst, 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 psst. Komm mit dir mit, komm mit dir mit. Alter, standest du echt auf der Outlaw? Du bist irgendwie komisch. Okay, warte. Die Batterie ist von der Kälte leer und du könntest auch leer werden. Ich hoffe, dass der Agent nicht beleidigt. So, zieh das an. Los geht's. So, also, okay. Hier, so. Und hier. Also, kannst du was machen, Mann? Die Autobattriebe ist leer. Die muss abgeladen werden. Und woher soll ich die bekommen? Schau, komm. Keine Sache, Chef. Das kriegen wir gleich hin. Ey, Vlad, kannst du das Auto ankriegen? 75% Erfolgsaussicht. Du hast einen seltsamen Freund. Angi ist ein Roboter. Oh, haha. Ich hab immer gesagt, dass Roboter die Zukunft sind. Also, wo sind da die Klemmen? So, halt bitte fest. Aufgabe angenommen. 3, 2, 1, aufladen. Geschafft. Juhu. Das ist eine Zolltechnologie. Okay, weiter bist du alleine, Chef. Alles gut. Oh, danke dir. Hey, du, alles okay mit dir? Stromstarts, Systemstörung. Verdammt, Flatt, lass uns schnell reingehen. Verdammt, los, lass uns reingehen. Oh, Mann, komm. Das ist alles deine Schuld, Alter. Was hast du mit ihm gemacht? Was hab ich gemacht? Der war schon so gewesen, Mann. Ich hab nichts gemacht. Also, weg da. Ihr habt ihn schon kaputt gemacht. Jetzt kommt der Meister und repariert alles. Er hat recht. Der Eisenblock wird schon wieder funktionieren, Mann. Hey, nenn dir nicht Eisen. Das war's. Setzt euch wieder hin. Oh, da ist er. Kommen Sie bitte rein. Kommen Sie rein. Also, der ist geladen. Aber funktioniert nicht. Das ist eine gute Maschine, die du da hast. Ich hab ja noch nie mit seinem Modell gearbeitet. Sie haben auch Ersatzteile mitgebracht? Das? Nein. Ich hab hauptsächlich alte Modelle. Ich hab BP-357, AK-320 und die Beine von MT-20. Und wir haben das hier. Ah, und ihr habt hier Blatt A4000. Ich hoffe, ihr könnt das reparieren. Nun, ich kann Ihnen noch nichts sagen. Wir müssen eine Diagnostik durchführen. Äh, ist das auch sicher für ihn? Oh, keine Sorge. Mal sehen, was ich hier hab. Nun, was ist da? Wollt ihr überleben? Na, dann wollen wir mal schauen. Wow. Das ist ja ein Haufen von den Fehlmeldungen im System. Was habt ihr denn mit ihm gemacht? Ja, nichts, Alter. Wir haben einfach nur ein bisschen mit ihm rumgespielt. Nun, man sieht es. Aktualisieren wir die Treiber, starten wir das System und es wird so gut wie neu sein. Okay, alles ist in Ordnung. Ihr könnt neu starten. Ja, danke. Hey, Leute. Hurra, funktioniert. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Ich schicke die Rechnung per E-Mail. Denkt bitte daran, die Roboter sind unberechenbare Geschöpfe. Seid sehr vorsichtig mit ihnen. Ja, okay, wir kümmern uns darum und wissen es zu schätzen. Okay, gut. Wer bin ich? Wie ist mein Name? Du bist, Sergei. Ja, es funktioniert. Alles richtig. Nicht viel, Alter, nur herumgelabert. Oh, das war's. Die Rechnung wird per E-Mail zugeschickt. Einen schönen Tag noch. Also, Sergei, wie wird das kosten? Ich weiß es nicht. Es wird eine Überraschung sein. Vielleicht sollten wir ihn verkaufen, bevor es zu spät ist. Dann bekommen wir wenigstens ein bisschen Kohle dafür. Soll ich eine Anzeige zum Verkauf aufgeben? Ja, merkt ihn die Formation. Komm, ihr Kopf zu verkaufen. Reiß einen Euro, Mann, für ihn. Hey, stopp, Vlad. Daher abbrechen. Aufgabe abgebrochen. So, okay, das war's. Genug Unsinn. Lass ihn jetzt bitte ausruhen. Hey, Sergei, sei mal kein Schlappschwanz. Lass uns eine Testfahrt machen. Mal sehen, was er noch kann und was nicht. Vlad, bist du bereit für ein bisschen Spaß, Mann? Sicher, was soll ich tun? Ich erklär dir alles. Es wird cool sein. Vlad, es ist ganz einfach. Hier ist ein Glücksrad. Du drehst und was da rauskommt, machst du. Verstanden? Ja. Also, was haben wir denn hier? Speicherformatieren, Akku entleeren, Flashlaufwerk mit Virus einlegen, 20 Liegestütze machen, Android-Gerät einstecken, mit Wasser übergießen, Magnete im Gesicht, Ladestation kaputt machen. Ja. Ha, cool, okay, gehen wir los. Das ist aber schnell, Alter. 20 Liegestütze. Los, auf geht's. Blei drucken, Mann, 20 Mal und noch so schnell. Weiter drehen. Ja. Noch mal 20 Liegestütze machen. Wie machst du das? Ha. Er scherzt nur, Mann. Oder hat Glück. Mann, er macht solche Liegestütze. Er ist wirklich etwas wie ein Kraftprotz. Man könnte ihn in Roboter kämpfen. Komm schon, versuch es noch einmal. Wie kann man nur so viel Glück haben? Wieder Liegestütze, Mann? Kipp uns schon was Interessantes. Ein USB-Stick mit einem Virus oder Geschichtsmagneten. Er hat einfach Glück. Das ist kein Glück. Ich hab den Aufwand berechnet mit dem Mann des Raddreht. Deshalb bleibt es immer in diesem Sektor stehen. Alles klar, Mann. Keine Liegestütze mehr. Das ist kein lustiges Spiel. Lass uns was anderes spielen. Du schummelst doch immer. Oh, ich habe eine Idee. Gut, lass uns raten, was in der Box ist. Das ist eine sehr einfache Aufgabe. Der Inhalt wird erkannt. Es ist, Julie. Na, Julie benutzt einen Scanner, Mann. Und du kannst alles so erkennen? Fast alles. Außer reflektierenden Oberflächen. Es macht keinen Spaß, so zu spielen. Ich mach's lieber. Steh auf, Alter. Her damit. Nicht anfassen. Blatt, finde etwas. Ich hab's. Ich habe etwas gefunden. Komm schon. Voll cool, Mann. Komm, versuch es mal. Darf ich schon? So schnell? Ja, los. Ich wünsche, ich hätte einen Scanner oder sowas, Alter. Nein, nein, das ist definitiv etwas lieblos. Das ist ein Schwanz. Nein, das ist kein Schwanz. Nein. Was ist das, Alter? Was ist das? Das ist wirklich ein Schneidebrenner. Yeah. Das ist ein Schneidebrenner, geil. Alter, das ist langweilig, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Alter. Oh, das gar nicht machen. Schließen die Augen. Du hast 15 Minuten, um uns zu verstecken. Dann ist die Zeit um. Eins, zwei, drei, vier, fünfzehn. Die Zeit ist um. Zeit ist um, hab ich gesagt. Und jetzt? Teilen wir uns auf und schauen, wo er sich versteckt hat. Ja, kein Problem. Also, hier konnte er sich nicht wirklich verstecken. Wo ist er denn? Überhaupt hingegangen, Alter. Auch nicht hier. Ey. Ey, Robo-Blatt. Ich kann mich nicht atmen hören. Was machst du, der Kopierkopf? Er ist ein Roboter. Wie kann er atmen? Er ist nicht hier. Verdammt, ich habe schon überall im Haus nachgesehen. Wo ist er? Ich verstehe es nicht. Blatt hat sich so oft versteckt. Blatt, bist du sicher, dass du nicht schummelst? Wo bist du, Blatt? Wir machen eine zweite Runde, Mann. Geh so auf. Ja. Ja, wo bist du, Mann? In der Kirche. Wie bist du hier reingekommen, Mann? Ja, ich war schon immer hier. Wo? Haha, ich habe euch verarscht. Haha, haha. Hör zu, weißt du was? Zuerst möchte ich ihn irgendwie, aber jetzt geht er mir schon auf die Nerven. Wirklich? Er schummelt, Mann. Er findet Sachen. Macht sich über uns lustig. Er ist hoffnungslos. Ich schlage vor, dass wir ihn einfach rauswerfen. Er kann nicht bei den Videos mitmachen. Brich ständig zu Saabach. Er ist nutzlos. Null. Nix, Alter. Okay, Leute. Letzte Chance. Ich schlage vor, wir hacken ihn. Nun, was ist los? Ist alles in Ordnung? Ja, sicher. Wir werden ihn nur optimieren, reparieren, neues Betriebssystem installieren. Und ihr werdet den Unterschied zwischen dem echten Blatt und dem Blatt nie merken. Also, das ist eine vernünftige Maschine. Das war's. Keine Widerrede. Stör glänzt nicht. Schau, ich nehme jetzt das Ding, badele die Sicherung mit der Steilbinder durch und setze Vlat auf die Werkstattung zurück. Und, äh, Kamikoff, gib mal den Schraubenzieher. Schneller. Okay. Hier, halt fest. Ganz vorsichtig. Hier, bitte die Zange. Die vierte Ranke ist ab. Ja, so, stört, stört, stört. Irgendwas. Oh, danke. Und noch einmal, bitte. Hier, sag mal, wie hälst du das Ding, Mann? So wirst du dich nur verbrennen. Also, in Ordnung. Hier haben wir die ganze Technik. Gerade rechtzeitig, bis das Eisen kalt wird. Dann kommen wir uns das anziehen. Also, macht weiter. Ich bin schon fertig, Mann. Die Stunde der Wahrheit. Los, Leute. Hallo, Blatt. Also. Ey, kannst du uns hören? Hallo. Mann, das war's, Leute. Ich muss irgendeinen Fehler gemacht haben. Sieht aus, wie ein lustiges Stück Hardware. Niemand darf Roboter beleidigen. Schon gar nicht so ein primitives Wesen wie Menschen. Funktion N ist aktiviert. Was? Blatt, was ist los? Hör auf, rumzuhalbergen. Sergei, ich bin nicht mehr dein Freund. Was ist denn? Oh, Göttinghoff. Guck her. Okay, wir müssen uns sofort irgendwo verstecken. Ja, stimmt. Danks vom Wasser. Ziellokalisiert. Vernichten. Du willst mich vernichten, du Blechbüchse? Nimm das. Leute, er wird mich zerstören. Hilft mir, Alter. Also, du lösst von der anderen Seite. Ich von der anderen. Los, dann fesseln wir ihn. Los, 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 schneller. Wir drehen uns im Kreis. Im Kreis. Komm schon. Los, wir haben ihn. Haltet fest. Los, haltet. Hört mir drum. Vernichten. Nun, das war's. Das war's. Fertig. Was hast du mit mir vor, du Stück Eis? Hä? Hä? Ah. Ihr seid tot. Er rennt. Schließt ihn, schließt ihn, schließt ihn. Mach zu, mach zu, mach zu. Wir müssen diese Maschine abschalten, aber dazu müssen wir in die HZ herankommen, Leute. Und wie sollen wir das denn machen? Und du solltest ihn ablenken und ich werde hinterhin auftauchen und versuche, ihn abzuschalten. Der Knopf sollte wohl funktionieren, Mann. Du, Alter, der Plan ist ausgezeichnet. Das ist gefährlich. Wir haben keine andere Wahl, Alter. Wir müssen uns etwas schnappen, um uns zu schützen. Ich halte die Tür auf, geht nachsehen, was dort ist. Ja, okay. Hey, Roboter, komm raus. Wir sind hier. Jetzt werden wir dich zerstören. Was dir wichtig ist, liegt dir am Herzen, macht kaputt. Ein Schlag und das war's. Dein Ladegerät ist tot. Komm schon, Alter. Halt uns doch auf. Fertig. Verdammt, wo ist Clint? Clint, Vlad, bitte kommen wieder zur Vernunft. Wir sind deine Freunde. Menschen sind keine Freunde für Maschinen. Lebe wohl, Sögei. Lebe wohl, Robiakow. Ihr müsst vernichtet werden. Ah. Ah. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Geschafft. Geschafft. Wir müssen schneller loswerden. Los, bringen wir ihn zurück in die Kiste. Alter, ich bin echt müde. Wir müssen uns beeilen. Und wenn er gleich wieder angeht. Was sollen wir mit ihm machen? Wir können ihn in den Teich werfen. Was für ein Se, Alter. Geh ihm zum Schrott. Da wird er zusammengepresst. Fertig, Alter. Keine Probleme. Zieh wir uns an und los, Leute. Ach. Kuss. So schwer. Das war's. Also endlich ziehen wir das blöde Ding los, Leute. Trotzdem. Niemand kann den echten Wlad ersetzen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt uns unbedingt ein Like und folgt unseren Kanal. Heute mit euch waren Glenn, Sergei Kabikow und allen Tschüss. Ich setze meine Labe und nicht in deine Kirche.